Es geht weiter, hier in diesem richtig geilen Level. Ich kann keine Turmbänder abspielen. Ich schaue mich hier trotzdem mal ein bisschen um. Kann ich nicht. Der greift mich jetzt nicht an. Hoffe ich jetzt mal. Ihr seht jetzt hier, was sie unter Engel verstehen. Das ist jetzt eine Leiche, die wir auch aussaugen können. Und ihr seht hier, deswegen sagen sie auch immer Engel. Weil wirklich wie Engel um sie drum sind. Ich demonstriere euch das jetzt mal. Seht ihr für einen kurzen Augenblick, seht ihr jetzt die Welt so wie sie ist. Also, kalt, leer und scheiße. Und jetzt ist sie wieder da. Jetzt sieht wieder alles ganz schön aus. Und das ist das, was ich richtig gruselig finde. Ich seh jetzt auch hier den Hässlichen da. Wenn wir nah ans Gitter gehen. Komm her, verfluchte Scheißberg. Siehst du? Seht ihr? Die sieht alles einfach richtig, das macht einem richtig Angst, dieses Level. Weil man sieht, lol, die Little Sister können nicht unterscheiden zwischen heile Welt und nicht heile Welt. Und das... Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Sie sind auch für kurze Zeit wieder normal. Aber fasziniert einem schon, dass die eigentlich nur heile Welt sehen. Zehn Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Okay, gehen wir mal hier rein, mal schauen, wo wir hinkommen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt voll fasziniert. Also... Die seht hier wieder den Engel. Wir tun den jetzt mal wieder aussaugen. Und wie immer sehen wir jetzt ganz kurz wieder die grausame Welt. Noll. Noll. Da bleibt doch einem einfach nur die Spucke weg. Ihr zwei, seid hässlich aus. Sollt ihr Maske an. Gehen weiter. Aufziehfische. Der heiße Weih. Der weiße Hai, auch genannt. Gehen weiter. Liegt überall Geld rum. Seht ihr? Jeder Tag ist Dallys Tag. Ja, das gefällt mir doch mal. Und hier... Sehen wir wieder für... Sehen wir hier die grausame Welt. Mal sehen, die ganze Zeit eine grausame Welt. Ah, da ist die... Die Sister-Crupp. Ah, okay. Das ist eine Gruppe von Hässlingen. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Ah. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Soll. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Hier, hier, hier. Ah. Scheiße. Aus mir wurden die Big Daddies gemacht und aus ihr die Little Sisters. Jetzt habe ich alle Big Sister-Teile und muss die Eleanor bringen, dass sie zu einer Big Sister werden kann. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Haha. Kämpft gegen eine Wasserschlange, der Big Daddy. Ja. Dann gehen wir jetzt zu Eleanor und bringen den Anzug. Ich hoffe, dieser Part war für euch so interessant wie für mich. Denn das ist irgendwie eine Offenbarung. Nach allem, was Mutter mir angetan hat. Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Doch geil. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Doch gut. Dann geben wir ihr den Anzug. Und jetzt haben wir etwas, das wirklich geil ist. Jetzt haben wir nämlich eine Big Sister. Als Kollegen. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Sie hat mir frei gelassen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Körper. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Geil, wir haben eine Big Sister. Als Kollegen. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in eine... Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihrem Big Sister Form, damit sie die im Kampf zur Seite steht. Hm. Nimm mal den blöden Winterblast weg. Ah, wir haben noch ein paar Meets dort frei. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung. Kein Bündnis wird ewig. Verdammt. Du Kampf an deine Seite rufen. Also. Das wäre dann welcher? Sieben. Okay. Sieben. Sieben. F7 ist Eleanor. Rufen. Aber Taggebuch abspielen. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Weiterchambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann. Ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Ha. Ja, ich auch nicht. Nächstes Tagebuch? Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Ah, das war wieder das Gleiche. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Hm. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer haben. Ihr verpasst ja nichts wegen des Tonbandes. Bis zum nächsten Part.